Herr Zweig? Herr Dr. Zweig? Herr Dr. Zweig? Das habe ich doch richtig gesehen. Er ist neben Thomas Mann der meistgelesene deutschsprachige Autor in der Welt und er weigert sich Stellung zu beziehen. Ich kann und ich werde nicht auf der anderen Seite der Welt in einem Raum voller Gleichgesinnte ein Urteil sprechen. Ich glaube an ein freies Europa. Ich glaube daran, dass Grenzen und Pässe eines Tages der Vergangenheit angehören werden. Ich bezweifle allerdings, dass wir das noch erleben werden. Mein Vater macht die Präsentationen, lernt, aber seit sechs Jahren nicht mehr in Deutschland. Warum? In der Welt. Wir sind Judäische. Allen muss geholfen werden. Und das sind nur die Briefe, die du für mich bekommen hast. Ich bin erst vier Tage in New York. Wie soll ich das bewältigen? Die Menschen bitten dich um Hilfe, weil du sie leisten kannst. Weil sie immer noch glauben, ich bin ein weltbekannter Autor. Jeder Botschafter tut mir einen persönlichen Gefallen. Und dafür hetzen sie mich, von Empfang zu Empfang. Weil jedes Maß verloren ist. Weil momentan ein halber Kontinent auf einen anderen flüchten möchte, wenn er nur könnte. Wenn wir uns jetzt nicht rühren, vielleicht vergessen sie uns. Willkommen zu Jona Zay. Musiker. Wissen Sie, was Tolstoi sagt? Jedermann mit 60 soll sich im Dickicht vergriechen wie die alten Tiere. Jetzt hast du es gesagt, ausgerechnet Tolstoi. Er ist doch steinalt geworden, über 80. Ah, vielleicht hat es ihm einen Gefallen im Dickicht. Wir haben nichts zu beklagen. Nein, wir nicht. Ich kann auch nicht mitmachen, wenn jemand sagt, jetzt ist Berlin aber tüchtig bombardiert worden. Ich kann das nicht ertragen. Es gibt keine Opposition gegen den Krieger, sage ich. Das muss nicht im Kampf enden, Tony. Du hast einen Krieg begonnen. Ich kann das nicht im Kampf enden, nicht im Kampf enden, nicht im Kampf enden, nicht im Kampf enden.